Hallo Ayosha. Moin. Alter, was machst du da? Ich trinke so ein bisschen Wein. Okay, es ist 8 Uhr morgens, weißt du, ne? Das ist dein Point. Ist alles okay bei dir? Ja, geht so, ich habe mit meinen Eltern geredet und normalerweise mache ich halt diesen Video und das muss nur in meiner Freizeit und jetzt habe ich mir überlegt, ich will das hauptberuflich machen und die haben nicht so gut reagiert, aber das ist nicht schlimm, ich habe ja gute Freunde. Wollen wir nicht irgendwas zusammen machen? Das Ding ist, ich muss noch mal zu Hause Socken stopfen, ein bisschen aufräumen, deswegen, auch rein, mach's gut, mach's gut Junge. Ich beobachte dich. Moin Moin, sagt man hier in Hamburg. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vegan ist ungesund. Richtig. Mein Name ist nicht Ayosha, Ayosha ist nämlich das. Und mein Name ist nicht Gordon, das ist nämlich der. Das bin ich. Wir sind Vollidionen. Ayosha, du weißt, ich bin so ein spontaner Typ, mache die Sachen gerne aus dem Bauch heraus. Welches Thema machen wir heute? Erzähl doch mal. Überrasch mich mal. Überrasch mich doch mal. Viele Leute haben uns angeschrieben und gesagt, ich habe dieses Veganismus vielleicht für mich entdeckt und ich möchte es mal in meiner Freizeit ausprobieren. Allerdings habe ich das Problem, dass meine Familie das Thema so gar nicht cool findet und gar nicht dahinter, also hinter dem Thema steht. Ich werde hier nicht kochen mit diesem Abfallzeug. Auch mein Freundeskreis vielleicht nicht und was macht ihr da? Was machen wir da? Wie soll ich jetzt weiterleben? Große Sorgen. Wir erzählen euch heute einfach mal, wie war das bei uns? Wie kann das vielleicht bei euch sein? Ich würde sagen, Gordon würde sagen, heute ist eine Art Kuschelvideo Ich weiß, dass deine Familie generell wenig von deiner Person und von dir hält und auch das Thema nicht so richtig cool findet und auch nicht so richtig hinter dem Thema steht, oder? In Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst, in Schinkenwurst und Erdbeerkäse. Ach, du weißt so viel, das Eltern denken ja auch. Ja, wenn irgendwie das Kind mal was macht, was die Eltern so ein bisschen suspekt finden, dann ist das so eine Phase, ja, die durchlebt man und dann ist das Ding auch irgendwann vorbei. Wie so eine zweite Pubertät, oder? Richtig. Aber so war es bei mir nicht. Pustekuchen. Vierte bei ihm. Wenn jetzt aber da draußen jemand ist, der sagt, mich stört das, dass meine Eltern nicht dieses Veganismus akzeptieren und das irgendwie komisch finden, was würdest du denn sagen? Es ist doch gut, wenn man etwas verändern möchte, bei sich selbst anzufangen. Und oftmals ist es so, das Umfeld, das reagiert nicht immer direkt da drauf. Das heißt, man beginnt, ist ein gutes Vorbild, versucht sein Umfeld positiv zu beeinflussen. Das kann ich euch mit auf den Weg geben. Wie findest du das, was ich gesagt habe? Gut. Gut. Na ja, schatzi doch mal, war es bei dir ähnlich oder anders? Am Anfang war es ähnlich. Meine Eltern haben mit viel Abwehr reagiert und Unverständnis und was ist das denn? Ich glaube, das ist eher Sorge, muss ich fairerweise sagen. Ja, es ist ein bisschen Sorge und genervtheit, glaube ich, so dieses, naja, jetzt, was machen wir denn jetzt Weihnachten und was machen wir denn jetzt Ostern? Das stimmt. Da sind schon auch ein bisschen Sorgen, die Eltern haben. Aber erzähl. Und dann kam auf einmal Jesus. Jesus zu meinen Eltern ans Bett. Nein, Quatsch, aber also meine Eltern haben sich dann tatsächlich aktiv selber informiert. Was krasses. Also ich muss an der Stelle meine Eltern einmal sehr loben, weil das wirklich die Ausnahme ist. Aleksa, aber wie hast du das deinen Eltern erklärt? Hast gesagt, Mama, Papa, ich muss euch etwas erzählen. Ich bin veganer. Ja, also bei mir war es ein bisschen schwierig. Ich war am Anfang so ein bisschen der nervige Agro-Veganer. Vegan in dein Gesicht. Auch meinen Eltern gegenüber und ganz schon anstrengend meiner ganzen Familie gegenüber. Und meinem kompletten Umfeld. Ich hatte auch eigentlich keine Freunde mehr. Hast du immer noch. Bis ich mich etwas entspannt habe. Und das hat die ganze Situation sehr entspannt. Und dadurch haben meine Eltern selber mehr den Drang gehabt, sich auch zu informieren. Ah, Josch, ist ja jetzt alles schön und gut hier mit deinen ganzen Nähkästchen gelabert, dies, das. Ich stelle mir tatsächlich die Frage, was wollen wir den Leuten heute mit auf den Weg geben? Vor allem, wie wichtig gestikulieren in Videos ist. Nein, ernsthaft, Leute. Ich persönlich aus meiner Erfahrung würde sagen, es ist ganz normal, dass Eltern erstmal mit Abwehr reagieren. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und wir können nicht erwarten, dass sie von heute auf morgen auf einmal aufwachen und sagen, ja, ja, voll cool, was du machst. Prinzipiell ja, man kann dahinterstehen. Aber das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, euren Eltern irgendwas aufzwingen zu wollen. Versucht einfach mit bestem Beispiel voranzugehen, gut gelaunt, entspannt zu sein und zeigt ihnen natürlich unsere Videos. Ich würde sagen, das ist die Lösung für alles. Ich glaube zusätzlich, dass wir auch noch mal eine ganz andere Generation sind. Wir setzen uns anders mit Themen auseinander, reagieren ganz anders auf Veränderungen. Aber das muss man berücksichtigen. Und Leute, wenn ihr euch einsam fühlt oder allein und sagt, ah, ich will da nicht alleine durchgehen. Pech! Ihr habt immer noch unsere Videos. Eine Sache noch, bevor wir abschließen. Ich finde es cool, das, was Gordon gesagt hat. Ich finde es cool, ne? Und bei der Familie generell ist es so, das ist immer ein sehr spezielles Thema, finde ich. Wenn man selber auf einmal als Kind anfängt, die Eltern zu belehren, das ist die umgekehrte Situation. Ich glaube, Eltern fällt das sehr schwer. Und deswegen finde ich, ist es immer prinzipiell besser, wenn man versucht, nicht zu belehren. Ich glaube, das geht generell für alle, auch wenn Gordon das jeden Tag macht. Leute, kommt mal hierher. Ich muss immer was sagen. Zunächst einmal beruhigt euch. Beruhigt euch alles. Es ist nämlich alles halb so wild. Wir merken natürlich auch, dass sich immer mehr Leute vegan ernähren, dass da extrem viel passiert und dass die Leute immer bewusster leben. Und das ist das Wichtigste. Einfach bewusster zu werden. Und wenn es nur ist, dass man ein Steak die Woche weniger isst. Oder eine Scheibe Käse weniger. Oder einmal die Woche Sojamilch. Und vergesst nicht, Leute. Ich glaube, viele Leute da draußen haben grundsätzlich Angst vor Veränderung und warten eher auf Veränderung. Aber wie cool ist es bitte, wenn man aus sich heraus dazu beiträgt, dass sich Sachen positiv verändern? Ayosha, sagst du, wie cool ist es? Ver******. Dieses Video war heute besonders kuschelig, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt euch von diesen Worten auch ein bisschen umarmt gefühlt. Ich habe mich auf jeden Fall umarmt gefühlt. Ayosha. Was ist, was? Brauchst du einen Ventilator? Das ist echt... Lass uns verabschieden, Ayosha. Komm. Ich komme jetzt schon auf nächsten Dienstag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sag Tschüss. Ich bin raus wie ein Furz im Winde.